Hallo und herzlich willkommen. In meinem Kroatienurlaub sind mir mehrere Motorboote aufgefallen, auf denen Windmaschinen befestigt sind. Der Zweck dieser Maschinen ist mir allerdings völlig unklar. Wie wir hier im Zoom sehen können, spricht schon der Befestigungspunkt der mittleren Maschine dagegen, dass es sich hier um Energieerzeugung handeln könnte. Außerdem dürfte der Ertrag auch nicht stimmen, nach meiner Einschätzung. Eine weitere Idee, die ich habe, ist, dass das Ganze der Bootstabilisierung dienen könnte, aber auch das scheint mir nicht wirklich plausibel zu sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir in den Kommentaren schreiben könnten, um was es sich handelt oder auch eigene Ideen entwickeln würden. Ja, soweit zu diesem Video. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank!